Ok, wir gewinnen die Runde jetzt. Auf Ansagen jetzt so. Halbem konzentrieren. Study, drop gleich nochmal. Hast du ne Krone? Ne, ne? Weiß ich nicht. Ne, ich glaub nicht. Gut. Dann machen wir jetzt einfach so, wir landen da, versieren alles, machen ein paar Kills. Und dann spielen wir Late Game komplett, auf Posi, alles, machen ein paar Kills. Und dann gewinnen wir die Runde einfach so mit 13 Kills oder so. Am besten nicht auf den Berg aufkommen. Ich hab nen sehr guten Drop. Ich hab auch den Hot Drop. Best Drop. Ich land rechts hier, glaub ich. Ich hab direkt die Buschkanade. Hier, ich hab ne grüne Pistole für dich. Boah, richtig geil. Wo bist du? Ja, ich hole die Runde. Boah, ich hab direkt vier, die ersten zwei Items waren einfach vier Büsche. Sehr gut. Oben waren auch noch Büsche gewesen hier bei uns. Vier Impulse, nochmal. Man kriegt hier so viele Impulse, das ist wirklich geil. Okay, wenn die gleich wieder fighten sollten da, dann mischen wir uns direkt ein. Ich achte damit, achte damit. Ja, ich glaub wir sind da dieses Mal gar nicht langgeflogen. Jaja, vielleicht aber, wer weiß. Vielleicht kommt da ja noch ein Team, oder? Was wir auch machen könnten, wenn wir schnell looten, ne? Wenn ihr Lust darauf habt, könnten wir da gleich reinsitzen, weil da ist ja gerade niemand. Und die werden später da hingehen, um das zu looten wahrscheinlich. Dann können wir die da abcampen, versteht ihr? Wollt ihr das machen? Ohhhh. Das werden die zu 100% nicht erwarten. Und dann haben wir drei Kriege. Ja, aber sind überhaupt welche Brutal mitgekommen? Ne, Brutal werden zu 100% welche sein. Aber die, die oben, da weißt du noch, auf diesem Turm, wo wir einmal geschaffen wurden. Die werden da hingehen wahrscheinlich, um zu looten noch. Ja, können wir machen. Das haben die, die letzten Runden eigentlich immer gemacht. Ja, safe können wir eigentlich machen. Lass uns jetzt den Bot holen und dann gehen wir gleich dahin. Ja, okay. Bunker, let's go. Sehr gut. Ich hab auch nochmal einen Bunker hier. Dann, die trägt das auch mal. Dann können wir los. Ja, ja. Aber ich würde sogar, du bist gar nicht mit. Kommt mal zu mir bitte. Hier unten. Und dann durch diesen Lüftungsschlacht hier. Und kommen wir mit. Einfach unten durch die Lüftungsschlacht, okay? Dann komm mal mit gleich. Gucken, ob die da schon sind. Nichts loot, nichts loot nicht, dass die denken, da waren schon welche. Ich glaub die, ich glaub hier sind keiner. Gut, kommt hier, fliegt hier rechts rein und dann treten wir hier. Das sind welche Tüte? Leise, leise, leise. Nix machen, nix machen. Nicht bewegen. Hier kann man die da, äh, ne nur scheiße. Fangen wir so ein bisschen unglücklich, ne? Okay, dann komm mal mit. Werks, komm mal hoch. Komm, wir werden einfach hier hoch auf dem Berg kommt. Ich glaub nicht, dass die hier oben am Berg sind. Ski wurde grad von mir alle Perle geholt. Ski auf, am besten nicht den Berg, den direkt runter fallen. Ski mal kurz hoch um die Softpacks. Wenn ihr herkommt, ihr könnt vielleicht einen töten, du. Ja hier, bitte. Warte, 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 warte. Ein bisschen ranziehen, komm komm, lass mal runter sliden. Komm, komm. Aber hier links, hier links, nicht rechts. Ist ja links runter, komm, komm. Einfach ein bisschen vorsichtig sein. Komm, lass hier laufen. Vielleicht hab man Kills holen. Wir sind Greenlife nicht full, ne? Aber egal, oder? Ja, alles gut, alles gut. Wir sind aber, wir haben ein gut Leben, alles gut. Ja, der ist oben im, oben im links drinnen. Okay, jetzt haben wir alles schon gesuchtet, dann komm, Amit. Gleiter hier hoch. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr schafft das. Das wäre gut. Ja, Bro, du hast mich runtergeschickt. Oh, ich bin runtergefallen. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ich weiß gar nicht. Der Pad war der, mal. Da oben rechts. Ist er immer noch da? Nein, ich sehe ihn nicht. Okay, komm, Moment, wir können hier rechts. Der ist auch gepettet schon. Ja, das Zulubtack, Zulubtack. Ja, könnt ihr beide gönnen, macht das schnell, bitte. Komm, zu mir. Ich hab noch mal Bunker. Hier, trink gleich mal die Flaschen, okay? Ich geh hier zum Jump Pad, bei mir hier. Ja, kannst du machen. Hey, ist noch ne mythische Truhe. Ich hab hier noch Southpacks, wenn du mitnehmen kannst. Boah, ey, ja. Ja, warte. Padden kurz zu den Rüben. Wir können auch von hier padden, oder soll ich zum anderen gehen? Ich glaub, zum anderen kurz. Kannst du bei anderen und dann nochmal beim anderen auch nochmal padden. Und dann würde ich wieder beim Weihnachtshaus dann lang. Und dann lasst du wieder zum Weihnachtshaus ungefähr, wir können so rechts mittig. Äh, da sind welche. Wo, wo? Da sind welche drinnen, die waren drinnen, die waren drinnen. Da links am schwarzen, ja, 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 dann komm einfach voll rechts. Ja, hier unten laufen welche, unten aufm Eis. Drei Leute, drei Leute. Drei Leute aufm Eis. Ja, chillt und halt, komm erst mal. Wir tun so, als würden wir die nicht gesehen. Komm erst mal her. Können die gleich töten vielleicht. Alle immer noch aufm Eis? Ich glaube, ja. Wir können vielleicht bisschen anziehen. Komm ein bisschen so hierher. Wo sind die? Jetzt sind die rechts jetzt. Hier oben über dem Link. Wo sind die? Weißt du das? Ich seh die nicht. Ich seh's nicht. Hä? Wir warten vielleicht. Vielleicht geh ein bisschen weiter rechts. Wir sind weiter vorne, nicht. Wir können vielleicht gleich für den Play gehen. Lass mal oben auf den Bäumen lang. Ich sag ehrlich, da waren wir immer am besten. Ja, wir können gleich hier lang. Warte, komm mit. Ich geh da auch noch mal hoch. Geh auch noch mal mit dem Pilz hoch. Vielleicht können wir die noch mal sehen. Auto-Zone. Die ist eh ein bisschen weit weg, aber passt. Nicht so weit weg. Wir sehen auch noch mal Büsche. Hast du Büsche mitnehmen, Lena? Ne. Ich auch nicht. Okay, dann guckt noch mal ein bisschen Auto-Zone, ob die irgendwo noch kommen. Ich freu mich auch echt, wo die sind. Ich glaub, die kommen auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, wir können auch nicht los. Mal mit. Okay, dann laufen wir so ungefähr wieder die gleiche Strecke wie eben. Das ist sogar relativ gut. Okay, runter. Aber wir können eigentlich wieder die lineale Kunden benutzen, wenn ihr wollt. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich brauch mal Dings hier hinten. Dings. Ja, ich glaub, bei der Flagge ist was. Nee, hier ist nix. Findest du irgendwo was? Ich geh schon mal da hoch. Ja, ich komm mit, ich komm mit. Ich lass es gucken. Okay, hier ist auf jeden Fall niemand, ist sehr gut. Werde Fisch. Ja, oder geh direkt Fisch, wenn du über 60 bist. Du könnt einfach hier erstmal lang laufen, wenn ihr kommt. So wie letzte Runde. Wir können auch Seilbahnen oder gehen? Komm. Ja, du. Ja, gleich. Aber lass das mal wieder normal laufen. Besten keinen Full Damage bekommt. Sehr gut. Komm mit. Ich glaube, vielleicht ist dieses Haus, wo wir immer drauf chillen. Vielleicht ist das noch frei. Ich guck mal gerade. Wir sind noch Pflanzen, du kannst ja eine Pflanze poppen. Okay, komm mal her. Hier hoch. Und jetzt zieh die Seilbahn. Ich glaube, das müsste chilling sein. Komm mit. Boostet noch nicht, boostet gleich am besten. So jetzt. Okay, wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Position. Guckt euch ein bisschen um. Guckt euch für Gegner. Und vielleicht können wir jetzt Kills machen. Wenn ihr jemanden hinter uns seht und ihr wisst, die kommt auf uns zu. Schießt sie nicht an. Sagt es einfach. Ja. Dann können wir die vielleicht töten, wenn die hochkommen. So als wir hätten uns gerade welche abgekämpft. Da unten war gerade eine Cage. Habt ihr das gehört? Dieses Geräusch? Unter uns. Warte, ich guck mich kurz warum. Unter uns ist nämlich gerade geöffnet worden. Das heißt, irgendwo unter uns sind diese Säfte, wisst ihr? Diese Box. Äh. Die ist gerade irgendwo unter uns geöffnet worden. Ich hab was gehört. Oh, hier. Guck mal neben uns. Wo denn? Wo denn? Gottdings. Gottdings. Achso. Ja, das ist gut. Ja, nice. Sehr, sehr gut. Ich frag mich, wo diese dicken Cage geöffnet, oder? Da müsste irgendwo ein Gegner sein. Von mir aus können wir auf die Insel, wenn ihr wollt, ne? Boah. Ja, die ist aber nicht hier in der Zone, ne? Ja, ich weiß. Du kannst von da abspringen, ne? Mit diesem Pad. Bro, also wenn wir einen Rift haben, dann würde ich hochgehen, aber... Ja, wir finden vielleicht gleich einen Rift. Ja, wenn wir einen Rift haben, würde ich hochgehen. Aber ich würde erstmal hier die Gottränke mitnehmen. Ich hab noch Platz für einen. Habt ihr Ding? Habt ihr... Die Feinden da, die können wir reinlasern. Siehst du die? Ja, ja. Schieß aber ein bisschen, wenn du willst. 16, 16. Einer hit. Nicht die ganze Zeit stehen bleiben, denk dran. Oh man, das ist runtergefallen. Ein... äh... Zwei Tränke sind runtergefallen. Boah. Zwei Tränke sind runtergefallen. Das bist ja nicht so geil. Okay. Kann jemand zwei Bunker noch carry'n? Mitnimm? Ich bin froh drauf. Ja, oder nimm das mit, nimm das mit, nimm das mit. Das ist sehr gut. Ja. Schieß hier in der Luft ab, wenn ihr könnt. Hit! Hinterran aber... In der Luft, in der Luft. Der ist komplett dumm. Und jetzt kriegt ihr zu viel Schaden, kriegt ihr zu viel Schaden. Okay. So seid ihr bereit zum Gehen? Guck, guck mal nicht auf die. Komm, 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 komm. Ja, okay. Ich bin ready, ich bin ready. Rax, geh runter. Wo wollt ihr lang? Hier, komm hier, rechts. Komm mit, geh. Hier und dann einfach ganz schnell boosten. Direkt boosten, direkt boosten. Komm mit. Und jetzt hier direkt auf dem Pilz und weiter. Bisschen weg, weiter. Und jetzt hier haben wir ne gute Position. Komm mit. Achtung, links ist ein Busch. Pass auf, lauft rechts lang. Da könnte ein Gegner drin sein. Okay, ich klärt da ganz kurz hier rüber. Komm mit. Und jetzt laufen wir sehr weit rechts lang. Komm mit. Ich bin noch. Ja, alles gut. Ich mach den Bunker kurz. Ich mach den Bunker. Alles gut. Mach so, dass ihr keinen Schaden bekommt. Alles gut. Rax. Ähm. Hier könnt ihr mal ein Ding. Könnt ihr mal ein Saft? Pass auf, pass auf. Geh weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ich geh den kurzen Saft. Und dann nimm den Saft. Die müssen jetzt eh paden. Die müssen jetzt eh paden. Die müssen jetzt eh paden, bro. Die können die in der Luft doch ein bisschen lasern. Aber wir gehen weiter. Komm mit. Wir gehen weiter erstmal. Das ist dumm. Glaub mir. Wir können erstmal weitergehen. Das ist richtig gut, wenn wir jetzt hier hochkommen. Schieß mal immer in die Busch hier rein. Ich glaube hier ist niemand. Und jetzt gehen wir hier hoch. Rax Team, Achtung rechts Team. Ich bin Puls hoch. Ich bin Puls hoch. Ja, sehr gute Entscheidung. Alles gut, Rax. Wir sind auch am chillen. Komm mit. Okay, und jetzt einfach hier hoch. Ich bin um. Sehr gut. Ja, aber nicht immer zu dollpiken. Okay, wir können erstmal kurz hier chillen. Hier sind auch recht viele Impulskanaten. Acht Stück. Acht Stück. Ja, ich bin voll. Können wir hier nicht irgendwie ein Haus einstellen oder so? Ja, oder wir gehen jetzt. Oder wir gehen jetzt ganz weiter rein. Komm mit, komm mit. Ja, ja, komm mit. Lauf, laufen. Richtig viel Sprinten jetzt. Richtig schnell, richtig schnell. So schnell wie möglich. Hier kommen wir zum Haus. Das wäre richtig gut. Dann sind wir da rein. Einfach weiter links. Bisschen mit Cover arbeiten. Die Sonne ist danach so klein. Ich würde dann schon irgendwie einfach nur erstmal den Rand decken. Ja, ja. Komm mit, komm mit. Kommt hier hoch. Ich kann davor gleich wieder einen Buschen stellen, wenn ihr wollt. Ich mach jetzt hier einen Busch aufs Dach. Ich mach jetzt hier einen Busch drauf. Ich mach hier einen Busch drauf. Ich hab, ich hab. Ja, okay. Ist auch nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Macht aber so, dass man euch nicht sieht durch den Busch bitte. Kriegt man hier nicht zwei Büsche drauf? Das wäre geil, ey. Nein, nein, nein. Kriegt man nicht. Dann geht der eine kaputt. Welche Büsche hast du noch einen? Drei hab ich. Keine Ahnung, gut. Ich hab drei und sechs Impulse. Sehr gut. Komm, auf geht's nun. In die Richtung. Kommt welche? Ja, töten wir gleich. Alles gut. Wie viel Schuss hast du eigentlich? Ah ja, ich hab ne 200. Bist du voll? Ja, nein, nein, nein. Pass, danke. Drop mal nochmal, drop mal nochmal. Wenn nicht alle hinter uns kommen, die töten wir. Die kommen gleich alle. Drop mal nochmal, drop mal nochmal. Ah ja, Moon. Okay. Schießt, 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 schießt. Mach kaputt, mach kaputt, ja. Nochmal, nochmal schießen. Schießt, schießt. Ist da drauf, ist rechts drauf. Ist da noch noch? Ja, ist da drinnen, ist da drinnen. 32, 32, ist da drinnen. Im Busch. Pass auf, pass auf, geh weiter nach rechts, geh weiter nach hinten, geh weiter nach hinten, geh weiter nach hinten Ja, geh weiter nach hinten, geh weiter nach hinten, hopp den Saft, hopp den Saft Ich war kurz kaputt hier und dann werfe ich den Bunker, chill Das habe ich gemacht, alles gut Bunker, komm mal hoch, komm mal hoch, so ist viel besser Ah, da, 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 das ist der Pro, das ist der Pro, das ist gut, das ist der Pro Die dürfen keine Trucks usen, hä? Das darf man nicht Wir können die pushen, wenn die wollen, wir können die pushen Wollt ihr das? Warte, warte, warte Du bist voll, du musst nicht Das sind keine Pros, das sind keine Pros Komm mit, hier 50, ah, okay, schön, schön, schön Sauber, sauber, schön Okay, jetzt gehen wir erst mal wieder zurück, geh, erst mal wieder zurück Schön, schön gemacht Nice Die nutzt Truck, Bro Ja, aber ich glaube, wir müssen sehen Okay, gut, alles gut, äh, wir müssen eigentlich hier chilling jetzt sein, kommt mal mit Ich geh erstmal hier links lang Habt ihr Legendary Trunk noch? Nee, ne? Ich will sogar hier lang, kommt mal mit Ist 500 Ticks nicht zweier, kommt mal mit, alle her Ganz kurz, Max Komm mal mit Ich, 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 ich splash einmal und dann gehen wir kurz Out of Sound, komm mal mit Hier, folgt mir einfach, glaubt mir, ich hab Splasher Gut, ich öffne kurz die Kiste, ihr lauft weiter Hinter uns Reboot, aber egal Ihr lauft weiter Wohlen auf mir hin Äh, einfach da bei den Bäumen lang, so dass wir in die Tourne kommen Ich splash gleich, alles gut Okay, erstmal da oben an den Bäumen ganz kurz Pause machen Hier kurz Pause, kurz Pause Ich splash Da oben sind ganz viele Türme Da sind auch Leute drin Komm mit, komm mit, wir können hier lang, wir können hier hin erstmal Oder so in die Richtung Geh kurz erstmal in den Busch, geh kurz erstmal in den Busch Da ist niemand drin, ich hab reingeschossen Okay, passt Lass jetzt chillen, nichts machen Ich würde sogar in den Busch, schieß mal rein Da ist niemand drin, wir müssen eigentlich in den Busch Dann sind wir in Dann sind wir fast in Ja, Bro, ich kenn den Pulsen, soll ich den Pulsen, Bro Soll ich den Pulsen? Nein, nein, komm einfach mit, komm mal mit Lauf dir kurz nochmal out of the zone, nur kurz Wieder hier hoch Und jetzt einfach hier links lang laufen Einfach richtig sprinten, alles, ihr macht das gut, super Moment Achso, seid hier chillen, ja, ne? Ja, alles gut, alles gut Okay, jetzt erstmal hier hoch und erstmal in den Fast, ich werfe hier selber in den Busch Gut Weil ihr seht, hier schießt man auf den, wenn ihr wollt Schießt auf den, schießt auf den Schießt auf den Aber hier so, dass ihr im Busch bleibt, okay? So, und jetzt nicht hier weiter schießen Erstmal chillen, erstmal chillen Hinter uns werden welche kommen Komm her, Rex, du bist nicht in die Zone Achso, ja Kommt trotzdem mehr Kommt trotzdem mehr Kommt trotzdem mehr Ich wollte hier bleiben Hinter uns, hinter uns, hinter uns Auto zone, Auto zone, Auto zone Da, da, rechts oben, rechts oben Hinter den Baum, Rex, oben rechts Warte, warte, ich hab andere Ich hab andere Ja, scheiß auf andere Glaub mir, glaub mir In der Luft, in der Luft Wir bleiben jetzt erstmal hier Das ist sehr gut In der Luft, Jungs Rex, out of zone, bitte in der Luft Gucken einfach Hä? Da oben Es dead, es dead, finish ihn Hier, 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 hier Finish ihn 19 Wir kriegen den Kill, wir kriegen den Kill glatt Er ist immer noch hier hinter Schatz drauf Die müssen kommen Die müssen kommen, wir rotieren gleich Schieß mal gleich Schieß mal bitte den hier gleich ab Der ist bisschen nervig da Der ist ein bisschen nervig da Dad, ey, krault da Achtsin, dad, hab ihn Ich hit der andere gerade die ganze Zeit Alles gut, ist gut Hinter uns, Johnny Alles gut Ich pack die gut ab Das ist gut Dann können die hier nicht langfutter Okay, wir müssen hier gleich runter gehen Da sind wir jetzt ohne Komm mal mit Komm mal mit Ein bisschen scheiße Könnt ihr hier am Bergrand? Komm, komm, komm Hier unten, einfach hier unten Komm, komm, komm Ihr müsst einfach nach runter gehen Ihr müsst einfach einmal runter gehen Seid ihr richtig gut? Ja, ich bin gut, ich bin gut Ich bin gut Aber vor uns sind welche da, ne? Alles gut, alles gut Die gucken nicht, die gucken nicht Die gucken nicht, alles gut Kommt einmal mit Die gucken, die gucken Alles gut Ich werde vielleicht Bunker Ich werde vielleicht Bunker Ihr müsst zu mir kommen Ja, Bro, ich bin fast down Ja, das ist gut Du bist fein, du bist fein Ich werde vielleicht Bunker Bro, Bunker, 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 Bunker Ich jump jetzt hier weg Können wir den direkt Und dann musst du gleich den Pulten Wir müssen den Pulten Wir müssen den Pulten Wir müssen den Pulten Ich habe den Pult auch schon Sehr gut, sehr gut Da hoch, da hoch In den Busch rein, in den Busch rein einfach Nein, ich kann nicht drin Bro, was? Ja, ist nichts Man, ist fast Bro, wir müssen viel früher Bunkern Viel früher Bunkern, Bro Ja, aber das ging nicht wegen dem Bau Ja, wir müssen den Pulten